. . . . . . . Das ist ja ein Schuss! Ungeschlagen, glaubst du die Finale, das Konsequenz hat einfach mal gesetzt. Also so hat es noch was man braucht. Und was das für für mein Land war, das einfach, das hab ich schon gesagt, Wir sind die Aufmerksamkeit, Lübis und Lübis. Bravig, 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 bravig! Wir sind die Aufmerksamkeit, Lübis und Lübis und Lübis und Lübis und Lübis und Lübis und Lübis. Und Lübis 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 und Lübis. Wir sind die Auslbeierung. für die Anwahl, das ist Manuel Sommer, die gelten positiven Vorfahrt aus Riesse. Riesse, der in der Vorfahrt ist heute ein 1.7.2.1. Sie sind jetzt aber die Nummer 40, das ist Tim Müller gegen Matthias Wiggo. Riesse, der in der Vorfahrt ist heute ein 2.3.2.1. Und jetzt kann die Nummer 18, die übertrieben ist, der in der Vorfahrt ausreichend liegen, wie Michael Mugowski vorhanden ist. Riesse. Kreuz, Kreuz, Kreuz! Riesseор Wir sind die Kölnerlage für 2.0 Euro. Vielen Dank, der hier ist es. Amal, amal euro für den Kielmarkt. Jetzt ist es, dass die Kölner Räste hierher auslöscht. Die Kölner Räste, die Kölner Räste auslöschen. Und der Kölner Räste, der Kölner Räste, der Kölner Räste ist bereit. Wir verschieben uns mit der Kölner Räste. Stefan Karpinicke gegen Matthias Beck-Glub vor der Torpilkise Hespoch. Wieso hast du? Arto! 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 Lübster 4. Kari und Führung. Arto! 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 Applaus Einer, Einer! Sehr super für die Sonne Liste. Für die nächste mit den Nr. 7. Ein Mann und der Mann. Die Nr. 4. 0. 1. Auslisten. Und für die nächste, erste Kartefinale für die Nr. 5. Die Nr. 2. Auslisten. 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 Auslisten.